Brutal, verrückt, taktisch. Das ist Blood Bowl 3. Und Publisher Nacon hat nun endlich ein Release-Datum veröffentlicht. Dann können wir den ikonischen Todessport auf Xbox, Playstation, Switch, Steam und Epic Games einziehen lassen. Der neue Fantasy-Football-Gigant kommt mit vielen Neuerungen wie eine storybasierte Kampagne, verschiedene Multiplayer-Modi und es wird mit dem akkuraten Regelwerk auch die Fans des Tabletop-Spiels Blood Bowl ansprechen. Außerdem gibt es zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten und vier brandneue Fraktionen. Und das alles kommt bereits am 23. Februar 2023. Wenn ihr noch detaillierter wissen wollt, was Blood Bowl 3 überhaupt ist, dann schaut doch auch mal hier rechts vorbei.